Paula, ich glaube nicht, dass du eine gottbegnadete Künstlerin ersten Ranges wirst. Frauen können keine Malerinnen werden. Verraten Sie mir Ihren Namen? Paula. Oder so ein Bäcker. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen. Außer Kinder. Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Bald. Sehen Sie das wirklich so? Ja. Auch du lebst davon, dass Sie meine Bilder kaufen. Ich gehe. Bonjour Paula. So will ich malen. Ganz einfach. Wann kommt sie wieder? Liebste Paula, du bist der leuchtende Mittelpunkt meiner Tage. Meine Seele liebt dich in dem ganzen Umfang des Wortes. Ihre Frau ist auf einer Reise in eine unbekannte Welt. Und wenn Sie wissen wollen, in welcher, dann schauen Sie sich Ihre letzten Bilder an. Wenn du mich wirklich lebst, Otto, dann gib mich frei. Ich hatte Angst um Ihr Leben, Heinrich. Mein Leben soll ein Fest sein. Ein kurzes, intensives Fest. Mein Leben soll ein ein Amen. Das ist ein Fest. Ich hatte mich ja nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das ist ein Fest. Und das ist ein Fest. Und das ist das Fest. Das ist ein Fest. Vielen Dank.